Auch hier die Eingangstüren? Ja gerade die Eingangstüren. Ja ich crafte uns jetzt neue. Und die können wir dann auch absperren im Notfall. Schön hier. Hallo. Und damit kannst du wenn du jetzt Holz hast, rechts klick mal drauf machen. Bling bling, dieses Geräusch ist cool. Achso und dann können wir die noch weitermachen zu Metall. Genau mit Metall dann geschmiedet das Metall, Eisen, Stahl und und und. Also du kannst das halt richtig weit upgraden. Ah ok und hier oben ist so eine Tür die kloppe ich auch mal raus ja? Ja. Ach Koffer leer. Der Koffer ist leer. Den habe ich schon gelootet. Vogel ist tot. Vogel ist tot. Alles gut. Und solange wie die Rahmen zum Beispiel jetzt noch nicht aufgewertet sind, kannst du die auch immer wieder aufnehmen. Oh man, ich bin sofort wieder da. Klang im Moment. Oh ich liebe es. He he. Hallo. Wo waren wir stehen geblieben? Ich bin jetzt voll aus dem Konzept. Hört mich jemand? Natürlich ja. Sorry ich hab... Leider nein, leider gar nicht. Warte, 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 warte. Krieg gleich Essen gebracht. Voll nice. Das ist immer gut. Ich mag das. Was ist mein Portemonnaie überhaupt? Ich hab heute ein bisschen aufgeräumt. Weiß ich nicht wo das ist. Da. Was? Ich muss unbedingt gucken, dass ich hier nochmal viel besseres Licht hinkriege, ne? Und ich hab wieder Hunger. Du, bei dem was ich esse, können wir gern tauschen. Ich geb ihm Fünfer, muss reichen. Zwei, drei, vier, echt. Krieg da ein bisschen mehr als, ne? Ist egal. Du bist 10,5 Meter von mir entfernt. Du bist viel zu weit weg. Schatz, pass bitte auf dich auf. Geh raus, Holz kloppen. Ist das ne gute Idee? Tag oder Nacht? Das ist Tag, ne? Das ist Tag, ja. Ja, dann gönn dir. Ich kloppe nen ganzen Baum. Rotflinten-Muni, 762-Muni. Was ist netzlos? Hallo? Hallo? Der haut den Baum nicht. Der Gegenstamm muss... Ah, so. Ja, wie war das? Da drauf drücken und reparieren geht nicht, weil? Wo sehe ich denn, was mir fehlt? Hm, wenn du auf reparieren drückst, dann sagt er dir meistens, ne, weil, dann kommt unten rechts die Meldung. Dein fehlt mir zum Beispiel. Ach so, fertigen. Ich sagte, fertigen. Fertigen. Bleib jetzt einfach bis um 2 Uhr wach, mach die Garage auf und fahr und dann halten sie dich an und dann ist dein Führerschein hinüber. Ach so, wie rüste ich nochmal Sachen aus? Ich hab nämlich gerade Sachen, also hier, Hosen und sowas. Klick einfach drauf, dann siehst du es. Ah, hier. Where? Habe ich alles? Handschuhe fehlen noch. Handschuhe? Wo sind die denn? Pflanzenfaser... Ach, da ganz oben. Ich hab mal zwei Thronen gemacht, ne? Mhm. Anhalten, ich fahre nicht weg. Perfekt. Mach ich auch immer. Ähm... So, reparieren. Ach, Pflanzenfaser muss ich noch jemanden ziehen, so. Ach, Stein fehlt mir. Ah, ok. Stein? Ich scheine auch keine Zombies zu sein oder so. Ähm... Perfekt. Bäume spawnen auch wieder nach? Ähm, jo. Sehr gut. Tatsächlich muss ich auch früher oder später dann doch noch zu unseren Taschen. Ach so. Ähm... Also... Hol dich irgendwann mal, wenn ich... So, ich brauch Stein, mein Freund, hast du Stein? Verschreck mich doch nicht so. Nee, Stein hab ich leider gar nicht. Leider nein, leider gar nicht, sagt er. Naja, ist richtig. Ich hab leider nichts von meinem Konzept gehört. Bin sehr erpervt. Ah, das hab ich da wohl gesagt. Das kann ein paar Wochen dauern. Naja, das ist richtig. Ich hoffe nur, dass sie das wirklich annehmen, ne? Das wäre mir sehr zu wünschen. Äh... Wenn ich meinen Führerschein habe, dann... Hol dich erst mal beim Support wegen meinem Zeug. Hä? Hol dich beim Support wegen meinem Zeug, sag ich. Ach so, und? Von wegen, dass ich mal ne Bank kriege oder halt die Bugs, was die EK-Preise betrifft und und und. Ja, wird halt an sich angenommen. Ach so. Die wussten es nicht. Also, bei der ich war, die wusste gar nicht, dass das so ein Problem gerade ist. Und woanders liegen könnte, kann sie mir auch nicht sagen. Weil sie halt nur Supporterin ist, die so ein bisschen in die Arme greift. Ach so. Genau. Und dann halt auch mit der Range. Von wegen mal ne Tattoo-Range, ne? Dass wenn Leute quasi sich an das Fenster lehnen, dann höchstwahrscheinlich auch ein Tattoo abkriegen und so'n Spaß. Dann wird wahrscheinlich das auf meinem Rücken vielleicht da hergekommen sein. Das ist durchaus möglich, dass es eigentlich jemand anderes wollte. Weil das Witzige ist ja, gut ne, du, man guckst du mal auf deinem Rücken. Und deswegen ist das halt erst relativ spät halt aufgefallen. Ganz einfach. Ja, eben. Bei nem Third Person, ne? Wann guckst du da schon groß auf dein Rücken? Eigentlich ständig. Ja, nur ich hab auch nie das Dings auch so. Und das Ding ist, das ist halt die Kamerasicht. Ich spiel aber immer so. Ich sehe quasi mit den Augen meines Charakters halt, ne? Deswegen. Und da ich immer T-Shirts anhatte, wenn du unterwegs warst, das war einmal, dass ich das ausgezogen hab. Es passiert aber auch manchmal durch, wenn du die Folien anguckst, ne? Das hab ich dir auch gesagt. Ja, ja, das weiß ich ja. Aber das wissen sie auch selber. Das sind sie noch am fixen. Was sind denn die Truhen? Ähm, rechts neben dem Kamin. Ach, hier. Egal wo ich die Steine reinwerfe? Äh, ne, am besten... Guck mal in die untere. Da müsste noch... ...zeug drin liegen. Ist schon mal 22 Steine drin. Ach komm, das Holz kann nicht... Oh mein Gott! Wir haben hier nen Grill und ne Kochstelle. sowas von übelst gut dabei jetzt. Pine Seed? Was kann ich denn mit Pine Seed machen? Pine Seeds kannst du natürlich anpflanzen. Ach, anpflanzen. Weißt du eigentlich wie schön das ist? Habe ich Angst, fängst du jetzt hier Brookback Mountain mäßig an oder? Baumfarm! Baumfarm! Hau erstmal deine... Deine... Oh, jetzt bin ich drustig. Das ganze Land wird hier umzäunt. Komplett. Selbstschussanlagen gebaut. Hau mal deinen Schlafsack oben hin. Oder unten. Je nachdem wo du halt... Ja ja, mach ich sofort. ...dass bohren willst. Warte, das Bett kann man dir nicht legen. Ach ja, stimmt. Zombies kommen ja... ...generell. Immer. Ja. Am siebten Tag, ne? Wo ist der denn? Ja, das ist ja immer so. 7, 14, 21 in der ganze Spaß. Ja ja, aber wird das nicht auch dann so... ...in jeder neuen Welle werden, wenn die immer stärker, mehr... Oh ja, 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 ja. Okay. Ich find's nicht, wo ist es denn? Was? Mein Schlafsack. Äh, siehst du oben auf dem Radar? Oh, der Radar ist also auch für mehr gut als nur zum Gucken. Richtig. Oh. Krass. Dein hast du geklopft? Ja. Ja ja, ich hab noch ein bisschen geholt. Alles gut. Ich leg mein Schlafsack einfach auf dem Bett. Hab ich probiert. Geht leider nicht. Doppelflausch, Junge. Doppelflausch. Geht nicht. Tada. Ich schlafe im Gäller. Direkt anders vor der Tür. Kann ich hier in der Ecke pennen? Was? Dann spawnt du da, hast du es vergessen und dann findest du nicht mehr zurück. Ist auch ne coole Idee. Ich weiß ja nicht, wo die Idee cool ist, aber ja. So, pass mal auf. Du hast, wenn du Tab drückst. Oben der vierte. Skills. Da kannst du ganz, 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 ganz viel lernen. Das seh ich gerade, ja. Okay. Hm. Da kann ich verdammt viel lernen. Müssen wir uns halt auch entscheiden, wer was macht, ne? Auch das noch. Ja. Also ich hatte jetzt als... Wie viel Punkt hab ich denn? Drei. Also ein Boom Headshot auf jeden Fall mit dazu. Also der ist gut, ja? Sagst du? Ja. Wo war der denn da? Geht das gar nicht? Ach hier, mit Kaufen. Ah. Okay. Was ist noch gut? Dann mach ich den Hidden Strike, das ist bei Agility. Macht quasi 50% extra Schaden. Hm. Naja. Musst du das mal finden. Du hast oben Perception, ne? Agility. Hm. Ach da. Ja, wie gesagt. Ich komm damit noch nie so was klar. Welches war das? Kein Problem. Äh, Agility. Hit and Strike. Ach da unten. Ja. Genau. Und... Ich werde noch... Beim zweiten Reihe, Itter Strange, werde ich auf Packmule noch gehen. Hm. Findest du's? Alles gut, hab schon. Ich seh mich morgen früh noch hier sitzen. Rucksack? Der ist schon leer. Ah ja, den kann man nicht aufnehmen, ne? Ne, lass ihn liegen. Okay. Ich lass ihn liegen. Ich lass ihn liegen. Ich lass ihn liegen. Weil wir haben... Wir haben doch eingestellt... Oh cool, level up. Ähm. Wir haben doch eingestellt, dass nach 5 Tagen oder so der Loot neu spawnt. Und in solchen Dingen... Gibt's immer speziellen extra Loot. Aha. Jaaaa... Bescheid. Okay, 6x Holz. Ich geh 6x Holz holen. Ich muss einen Holzknüppel bauen. Boah, Alter. Er macht das unbedingt. Bis du zu der Quest Trailer kommst. Ich hab gerade schon wieder 4 Punkte gekriegt. Und dann knüppel ich alles weg. Mit dem Knüppel. Ah, jetzt. Fällt um. Äh... Pflanzenfaser waren hier. Diese Dinger einfach wegkloppen, ne? Ja. Genau. Die Federn. Haben wir irgendwo Nester? Oder ein Nest? Äh... Nester haben wir ringsherum ein paar. Ich hab aber jede Menge... Die bitte ganz lassen, ne? Jaja. Ich hab aber auch jede Menge Federn hier in der Kiste. Dann guck ich da jetzt gleich mal... Hat sie ja hier. Ich glaub schon. Haha. Holzbogen. Jetzt soll ich noch einen Holzbogen fertigen. Ja. Weil du das zu früh gemacht hast. Ja. So. Was denn? Steinfall-Munition musst du sowieso machen. Auch nie drüber kann ich schon immer so viele machen wie gehen, ne? Genau. Okay, ja. Wow. Nächste Quest. So. Hier ist mein Inventar. Da ist die Tor. Alles klar. Da muss ich auch noch mal ein bisschen mich mit beschäftigen. Jetzt muss ich wieder Holz sammeln. Nein. Holz sammeln. Zum Baum nachgewachsen? Nein. Aber wir sind genug. Das ist schön. Können wir nicht auch irgendwann Motor sägen? Ja. Kannste finden und Co. Das klingt vollam gut. Holz gut. Kurz bevor die Pistole kaputt geht. Ich hab die in die Kiste gelegt. Ja. Ich sehs gerade. Warte. Guck mal ob ich... Warte. Warte. Bin auf dem Weg. Zwei Minuten. Was? Essen isst du. Achso. Ja. Okay. Schluss. Warum bin ich runter gefahren? Deswegen geh kurz rein. Dann hol ich mein Essen. Drück in die Fünfer in die Hand. So. Ich bin sofort wieder da. Bis gleich. Aha. Kommt das manchmal vor? Achso. Ja. Ich hab mir mal die Waffe gekrallt. Hui. Ja. Und hab mir gerade mein Bein gebrochen. Fein. Ich dachte er liebt mich weißt du. Warte. Ihhh. Ah. Jetzt ess mal eine Runde Essen. So. Du hast hier die Knarre gekrallt. Gekrallt. Ja. Also genau. alter jetzt wird die nächste an echt jetzt alter da muss ich kurz auf anfangen ja kannst du aufnehmen das kommt entschuldigung das überleben auch klebeband klebe und stoff fetzen haben wir nicht noch kleber und stoff fetzen da kleber suche ich gerade holzrahmen drei stück so weil ich eigentlich ja aber das ding ist ich möchte das spiel am liebsten selber entdecken deswegen was war das letzte was war das letzte jetzt bin ich schon wieder gegen so ein dreck kaktus gerannt ich raste ich weiß nicht was das letzte ist was war das letzte ich habe dich jetzt nicht verstanden du hast irgendeine frage beantwortet ach so mit wenn wir halt fragen zum spiel haben wenn wir fragen zum spiel haben ich tatsächlich noch nicht ich habe da schon ein paar stunden in dem game ist gar nicht so viel 204 ach so und jetzt muss ich einfach nur mit der ax draufkloppen oder was was auch immer du vorhast ich kann es dir nicht sagen das ist gut boah steine hast du steine wie steine mal schauen steine kundel grad von dem zombie weg ist nicht gerade sehr schön sage ich dir jetzt ein bisschen doof und und naja und stein haben wir keine mehr nur truhe ne pflasterstein kann ich das damit nicht auch machen ne du kannst mal gucken ob du die zerlegen kannst ja steine hab ich welche mitgenommen ansonsten musst du mal rausgehen und gucken ob du irgendwo einen stein auf dem boden siehst das ist das ist das ist das ist Untertitelung des ZDF, 2020